Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Sparen mit Kopf. Mein Name ist Chris und das ist das nächste Video in der Reihe der Videos zur Konsumbeeinflussung, Manipulation, den mentalen Shortcuts, die dich bei Konsumentscheidungen beeinflussen können. In diesem Video soll es mal um den sogenannten Authority Bias gehen, also den Autoritätsgedankenfehler, der wirklich eine große Rolle in unseren Entscheidungen spielen kann. Ich bin ja selbst den auch schon mal oder schon öfters zum Opfer gefallen, kann ich gleich nochmal erzählen, den hatte ich ja auch schon mal im Video dazu gemacht. Es ist wirklich, der ist wirklich sehr, also auf den sollte man wirklich sehr gut aufpassen, das zeigt auch die Geschichte, was es damit auf sich hat, jetzt in diesem Video, viel Spaß dabei. Ja, der Authority Bias, ich bin auch schon mal dem zum Opfer gefallen, vor allem weil er mir nicht bewusst war, habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, über meinen größten Investmentfehler, den ich jetzt so gemacht habe mit den geschlossenen Immobilienfonds, die ich mir halt aufquatschen lassen, wobei ich ja auch erst in vielen Jahren sagen kann, war das wirklich ein Fehler, aber jetzt rückblickend war es vielleicht nicht so die beste Entscheidung, aber was war eben dort der Fehler? Ich habe einer Autorität, in diesem Fall Bodo Schäfer, beziehungsweise dann, der ja seinen Namen gibt, für seine Investmentberatung vertraut. Teilweise sogar blind vertraut. Die sagen, das ist gut, okay, dann muss es gut sein, dann mache ich das. So ein bisschen habe ich es natürlich hinterfragt und geschaut, was steckt dahinter, aber nicht gut genug. Das habe ich dann im Nachhinein eben gesehen. Und genau das ist beim Authority Bias eben das Problem, dass wir dazu gewillt sind, dass wir uns immer, dass wir uns gerne, ich sage mal, Autoritäten, Experten, ja, früher waren es vielleicht irgendwie so die Schamanen, die Gurus, die Stammesführer, Könige, Kaiser, dass wir uns den unterordnen und denen dann teilweise vielleicht auch blind vertrauen und wenn die sagen, hopp, ja, dann springen wir. Das zeigt auch ein sehr interessantes psychologisches Experiment, ich glaube von Millman war das, in den 70er Jahren müsste das gewesen sein oder 60er Jahren, was wirklich zeigt, wie gefährlich dieser Authority Bias auch sein kann. Da war es nämlich so, dass der Versuchsaufbau war so, die, sozusagen die Versuchsteilnehmer waren Menschen, die an einen Schalter gesetzt wurden, der Stromschläge gibt. Dann war der Versuchsaufbau so, es gab einen Professor, der hat einem Schauspieler Fragen gestellt. Dieser Schauspieler, wenn der die Frage richtig beantwortet hat, ist nichts passiert. Wenn die Frage falsch beantwortet wurde, hat er einen Stromschlag bekommen und die Stromzahl wurde hochgedreht. Wurde halt gesagt, ja, man schaut irgendwie mal so, wie stressresistent ist der Körper oder so, um auch, wenn der Stromschläge bekommt, noch richtig zu antworten und so weiter. So, wie war das? Fragen gestellt, paar waren richtig. So, dann war es falsch. Ersten Stromschlag gegeben, war noch nicht so doll. Drehen wir mal hoch. Professor sagt hochdrehen, drehen wir mal hoch. Nächste Antwort falsch, der Schauspieler zuckt schon. Professor sagt hochdrehen, er dreht hoch. Das ganze Spiel ging so weiter, bis irgendwann der Schauspieler, das war übrigens alles nur gespielt, der hat keine Stromschläge bekommen, vor Schmerzen geschrien hat und darum gebettelt hat, dass man aufhören soll, dass man die losmachen soll. Der Professor hat aber gesagt, nö, nö, ist alles gut, alles im grünen Bereich, wir machen weiter. Und die Versuchsteilnehmer haben es wirklich, ich glaube, fast zu 100% alle geglaubt, sind dem Professor gefolgt und hätten dem Schauspieler theoretisch sogar Stromschläge verpasst, die ihn sonst getötet hätten, wenn es wirklich Stromschläge gewesen wären. Das zeigt, wie gefährlich der Authority Bias ist. Und das bekannteste Beispiel, da müssen wir so ein bisschen in die Geschichte gehen, Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler. Ja, das kann man nicht anders sagen, dass auch hier die, oder viele der Deutschen blind einem Menschen getraut sind, der nichts Gutes im Sinn hatte. Auch hier war der Authority Bias sehr entscheidend, dass eben Menschen, nö, da waren auch noch andere Faktoren wie Unzufriedenheit, bla, aber der Authority Bias hat auch sehr groß dazu beigetragen, dass eben ein Großteil der Bevölkerung diesem Mann blind gefolgt sind und vielleicht auch gar nicht dann, und dann auch so ein bisschen die Augen davor verschlossen haben, was vielleicht auf den Straßen auch, obwohl sie es gesehen haben, irgendwie passiert, was da irgendwie passiert ist. Nur weil der vielleicht sagt, ey, ist in Ordnung so, ja, ist richtig so. Das ist die Gefahr des Authority Bias. Und immer, du solltest dich halt immer bei Konsumentscheidungen dann entsprechend hinterfragen, okay, ähm, vertraue ich jetzt vielleicht diesem Menschen dort zu sehr, schon blind, ja, hinterfrage immer die Aussagen, ist natürlich gut und richtig, sich auch von Experten beraten zu lassen, von Beratern beraten zu lassen, ja, externe Meinungen einzuholen, aber niemals blind folgen und immer noch mal hinterfragen, vielleicht eine Zweitmeinung einholen, ja, auch wenn es dann vielleicht mühseliger ist. Ähm, es muss natürlich auch nicht immer schief gehen, ne, dass man dann irgendwie, ja, auf die Nase fällt, wenn man Autoritäten vertraut, aber kann es eben. Denn nicht jeder, der sich Experte nennt oder, äh, ja, was weiß ich, ist unbedingt ein Experte. Vielleicht hast du so eine Situation auch schon mal erlebt. Dann wieder einmal gerne damit in die Kommentare. Und wenn dir sonst das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Teile es, äh, geben, Teile es gerne mit Leuten, die das auch wissen sollten, damit sie einfach reflektierter mit ihren Konsumentscheidungen, äh, sein können, bewusster sind in diesen ganzen Konsumverkaufsprozessen und so weiter. Und, ja, dabei ist eben der Authority Buyer's ein starker Shortcut, den wir auf jeden Fall kennen sollten und dem man immer sehr bewusst entgegen gehen sollte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, dein Chris von Spar mit Kopf.